In der Klasse U17, im Sieger des heutigen Tages, die Nummer 65, Josi Benz aus Zeising, Luxemburg. Josi, herzlichen Glückwunsch! Hat sich der zweite Anfahrt hier nach Schwödingen doch gelohnt. Und der Vertreter des würdmischen Radsportverbandes, Sven Bohnenberger, schreift in das Wiedertrikot über, das Siegertrikot des heutigen Tages. Also gerade der Viertel-Präsident. Auf den zweiten Platz Moritz Fußnecker, Radsportverein 06, Schmennige Moritz, herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. Hört sogar das richtige Dress an, denn der Moritz steht ja auch für eine Schweizer Radsportgruppe. Also Moritz Fußnecker hier vom Veranstalter Radsportverein 06 auf den zweiten Platz. Und Platz 3, der ist für Marco Barke von der Rattunion Wangen. Marco, auch hier herzlichen Glückwunsch! So, und der Gesamtsieger bei der Klasse U17, also der Gesamtführende, vielmehr, mit 48 Punkten, Elias Petruschke vom RC 1886-Filligen. Elias, herzlichen Glückwunsch! Also unsere vier Protagonisten der Klasse U17, der Jugend, Josi Benz, Moritz Fußnecker, Marco Barke und Elias Petruschke. Also unsere vier Protagonisten der Klasse U17, der Jugend, felt und siegenden Grundvers Falle des Klasse U17, haben die Handels öfters und